Haben Sie es gesehen? Das habe ich gesehen. Also er hat erst mit der Schrotflinte geschossen und dann hat er Maschinen über ihn und klingt doch ganz anders. Ja, klar. Hat er das Mädchen... Können Sie es kurz mal beschreiben, was Sie da gehört haben? Ich habe es nur gesehen, wie der angelegt hat, die Maschinen über ihn und das... Mädchen, sagen Sie, was können Sie... Also ich tippe das... Also das war ein Mädchen, die wurde, glaube ich, auch hier in einem Konflikt, das Opfer. Was war das für ein Täter, was haben Sie da erkannt? Der war gekleidet, wie so ein Polizist eigentlich, in totaler Kampfausrüstung, mit Helm. Schatzkleidung, also komplett bewaffnet, beruflende Maschinengewehr und er hat auch mehrere, so Molotov-Kompläts oder Granaten oder den Friedhofsmail schließen. Also Sie haben auch Explosionen gehört? Genau. Okay. Wohnen Sie hier oder... Ich wohne hier. Ich wohne gerade nach Hause. Ich habe einen Kumpel da getroffen. Können Sie noch Ihren Namen sagen? Vornamen. Oder wollen Sie mich? Wolle ich mich nicht. Okay. Also ja, das war noch...